Tag 467 auf dieser verdammten Insel. Das ewige Warten zermürbt mich. Meine Gedanken kreisen weiter und weiter. Dennoch komme ich zu keinem Schluss. Die Sonne brennt. Kein Zeichen von Leben. Doch was ist das? Sollte sich das Warten doch gelohnt haben? Sollte es mir doch noch vergönnt sein, wieder mit der Zivilisation in Kontakt zu treten? Was für ein bewegender Moment. Ist das endlich die Rettung? Scheiß Pizza-Werbung.